Das weltweit bedeutendste Hopfenanbaugebiet liegt in Bayern, die Hallertau. Mehr als 1000 Pflanzer erzeugen hier jährlich bis zu 30.000 Tonnen Hopfen. Aromahopfen und Bitterhopfen bis hin zu neuen fruchtbetonten Sorten. Gemäßigtes Klima und gute Böden sowie Erfahrung und Leidenschaft haben die Hallertauer Pflanzer an die Spitze des Weltmarktes geführt. Hopfenanbau ist sehr aufwendig. Mehr als 200 Arbeitsstunden fallen pro Hektar an. 40 Mal mehr als bei Getreide. In der Hallertau hat sich ein einzigartiges Kompetenzzentrum für den Hopfenbau entwickelt. Nirgends wird so intensiv über Anbau, Zucht und Verarbeitung geforscht wie im Hopfenforschungszentrum der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Hüll. Die Erfolge sind greifbar. Über 20 ertragreiche, widerstandsfähige Hopfensorten werden heute in der Hallertau angebaut. Der notwendige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln konnte durch Züchtung halbiert werden. In wenigen Monaten wächst der Hopfen sieben Meter hoch, bis zu 30 Zentimeter am Tag. Kurz vor der Ernte halten die Gerüste dann rund 20 Tonnen Gewicht pro Hektar. Erntemaschinen haben die Handarbeit weitgehend abgelöst und sorgen dafür, dass die Dolden schonend von den Blättern und Stängeln getrennt werden. Diese Reststoffe werden kompostiert oder gehen in die Biogasanlage und tragen damit zu nachhaltiger Energieerzeugung bei. In der Hallertau werden die Hopfendolden indirekt und schonend getrocknet. Die Luft wird dazu auf höchstens 65 Grad Celsius erwärmt. Ernten, trocknen und verpacken in nur wenigen, aber intensiven Arbeitswochen. Dies bedeutet sehr kurze Einsatzzeiten für die kostspieligen Ernteeinrichtungen, die den Rest des Jahres keine Verwendung finden. Das grüne Gold steht verpackt zur Abholung bereit. Insgesamt rund 10.000 Hopfenpartien pro Saison. Qualität und Herkunft sind durch die neutrale Qualitätsfeststellung und amtliche Zertifizierung lückenlos dokumentiert. In der Hallertau stehen die grössten und modernsten Hopfenverarbeitungsbetriebe der Welt. Eine hochspezialisierte Logistik sorgt dafür, dass der Hallertauer Hopfen in Doldenform als Pellet oder Extrakt bei den Brauereien in über 150 Ländern weltweit in bester Qualität ankommt. Vorzügliche natürliche Voraussetzungen, erfolgreiche Forschung, kompetente Beratung und leistungsfähige Pflanzer haben die Hallertau zum Hopfenland Nummer 1 gemacht. Hopfen in der Hallertau ist erlebbare Tradition. Er prägt eine ganze Region. 365 Tage im Jahr. www.saison.de